Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 14. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Im heutigen Teil möchte ich mir mit euch einmal gemeinsam ansehen, wie man einen Integrationssensor mit ESPHome umsetzen kann. Beim Integrationssensor geht es darum, wenn wir zum Beispiel einen Sensor haben, der uns unseren Stromverbrauch in Watt oder meinetwegen auch unseren Wasserverbrauch in Kubikmeter liefert, dann möchten wir oftmals diesen Wert eben nicht nur als aktuellen Verbrauch sehen, sondern eben auch den Verbrauch über die Zeit. Also zum Beispiel den Wasserverbrauch am Tag, den Stromverbrauch am Tag oder in der Woche oder im Monat oder oder oder. Und dafür gibt es die sogenannte Integrationssummierung und diese können wir eben auch in ESPHome nutzen. Heißt, wir haben eine Möglichkeit mit diesem Integrationssensor aus einem Watt-Sensor zum Beispiel einen Watt-Pro-Stunde oder Kilowatt-Pro-Stunde-Sensor zu erzeugen. Wie das geht und was es dabei alles zu beachten gibt, das schauen wir uns in diesem Video an. Bevor wir jetzt mit dem Video loslegen, noch die übliche Bitte, wenn euch meine Videos gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, denn das hilft nicht nur mir zu sehen, dass euch die Videos gefallen, sondern es zeigt auch dem YouTube-Algorithmus, dass es sich lohnt, die Videos zu verbreiten. Das wiederum unterstützt mich natürlich sehr. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für jeden Like, für jeden Kommentar, für jedes Abo und natürlich auch für die YouTube-Mitgliedschaft. Diese findet ihr hier unten neben dem Abonnieren-Button. Da erkläre ich auch nochmal alles in einem kurzen Video. Würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft. Vielleicht ist das Passende für euch dabei und ihr möchtet mich aktiv unterstützen. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen. Für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Im Büro angekommen, legen wir auch direkt los. Und zwar befinden wir uns hier im Home Assistant und heute machen wir mal kein neues Projekt im ESP Home auf, sondern wir verwenden unseren Pulssensor für das heutige Video, denn dieser liefert uns ja schon eine aktuelle Strommessung, wenn auch nur einen Dummy-Wert, den wir mit einem Taster simulieren. Aber unser Puls-Counter liefert uns ja schon einen Sensorwert in Kilowatt. Diesen möchten wir jetzt ähnlich wie über Total in Kilowatt pro Stunde umrechnen. Für den Puls-Counter funktioniert das mit Total ja schon ganz gut, dass wir konsequent mitzählen können, wie viel Kilowattstunden wir verbraucht haben. Aber wenn wir jetzt einen beliebigen anderen Sensor im Einsatz haben, innerhalb unseres ESP Home-Projektes und diesen eben auch über die Zeit aufsummieren wollen, dann benötigen wir hier einen Integrationssensor. Den schauen wir uns jetzt zuerst einmal an. Und zwar wechseln wir dafür auf die Homepage von ESP Home und suchen hier oben in der Quick Search einmal nach Integration. Und hier sehen wir, haben wir einen Integration-Sensor. Den wähle ich jetzt einmal aus. Und dann sehen wir hier auch schon unser gewohntes Code-Beispiel. Und darüber können wir auch noch einmal lesen, dass es sich bei diesem Sensor um einen Helper-Sensor handelt, mit dem wir eben Werte von anderen Sensoren über die Zeit integrieren können. Also wie in unserem Beispiel zum Beispiel Watt- beziehungsweise Kilowatt umwandeln in Kilowattstunden oder wie hier in dem Beispiel genannt einen Wasserdurchlauf-Sensor, der uns eben die Kubikmeter in Kubikmeter pro Sekunde umrechnet. Schauen wir uns einmal die möglichen Parameter an. Als ersten Parameter haben wir hier das Attribut Sensor und hier müssen wir die ID des Sensors angeben, dessen Werte wir über die Zeit integrieren wollen. Als zweiten benötigten Parameter haben wir den Namen und der dritte Parameter ebenfalls benötigt ist die TimeUnit. Mit TimeUnit geben wir dann an, über welchen Zeitraum wir unsere Werte integrieren möchten. Also zum Beispiel, ob wir den Wert pro Minute, pro Sekunde, pro Stunde oder auch pro Tag erhalten möchten. Die darauffolgenden Parameter, die sind dann alle optional. Als erstes hätten wir hier die Auswahl der Integrationsmethode. Damit können wir angeben, welche Art der Integration letzten Endes von dem Sensor angewendet werden soll. Und um das besser zu erklären, würde ich sagen, wechseln wir mal eben nach Wikipedia. Es gibt also Trapezoid, Left und Right. Und was genau das heißt, das schauen wir uns hier mal eben kurz an. Der ganze Sensor basiert grundsätzlich auf der Riemann-Summierung. Wenn wir uns diese Grafik einmal anschauen, dann sehen wir hier eine Veranschaulichung der Vorgehensweise von unserem Integrationssensor. Denn wir haben hier einmal diesen Graphen. Der Graph spiegelt unseren aktuellen Sensor wieder. In dem Fall dann zum Beispiel den Sensor, der uns unseren Kilowatt-Wert liefert, also den aktuellen Stromverbrauch. Auf diesem basiert dann ja unser Integrationssensor. Und was der Integrationssensor uns dann letzten Endes wiedergeben soll, ist ja der Verbrauch über die gesamte Zeit. Und dieser entspricht eigentlich der Fläche zwischen dem Nullpunkt von dem Koordinatensystem und unserem Graphen. Und der Sensor macht im Prinzip jetzt nichts anderes, als diese Fläche in mehrere Rechtecke zu unterteilen, ermittelt dann von den einzelnen Rechtecken die Flächen, addiert diese dann zusammen und hat somit dann einen Nährungswert an diese Fläche, die wir als Ergebnis erwarten, ermittelt und liefert uns dieses Ergebnis zurück. Wenn wir jetzt auf Wikipedia mal ein bisschen runterscrollen, dann finden wir hier den Punkt Left und Right. Und hier werden eben die Unterschiede der Vorgehensweisen recht gut veranschaulicht. Und zwar haben wir hier in beiden Fällen die gleiche ansteigende Kurve. Bei Left wird von dem Rechteck immer der linke obere Punkt auf unseren eigentlichen Messwert gelegt und dann die Linie bis zum nächsten Messpunkt einfach waagerecht durchgezogen. Das heißt, bei einer ansteigenden Kurve liefert der Sensor mit der Left-Methode eigentlich immer ein etwas zu geringes Ergebnis, weil eben hier dieses Dreieck nicht mit berechnet wird. Bei dem Vorgehen Right, da ist es hingegen so, dass immer die rechte obere Ecke des Rechtecks auf unseren Graphen gelegt wird und somit steht unser Rechteck, von dem die Fläche ermittelt wird, über unseren Graphen hinaus. Das heißt, die Right-Methode liefert uns eigentlich bei einem ansteigenden Graphen immer ein zu hohes Ergebnis, weil eben diese Fläche mit berücksichtigt wird, die eigentlich gar nicht zu unserem relevanten Bereich hier unten unter dem Graphen gehört. Wenn wir jetzt noch weiter runterscrollen, dann sehen wir Trapezo-Dial-Rule. Das ist die dritte Möglichkeit, die uns der Integrationssensor bietet. Die ist im Übrigen auch der Standard und diese wählt immer genau die beiden Messpunkte zwischen den einzelnen Messungen und verbindet diese mit einer geraden Linie. Das heißt, wir haben somit ein Trapez, von dem die Fläche berechnet wird, daher auch der Name dieses Vorgehens. Und ich würde sagen, diese Regel ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch die präziseste. Von daher würde ich empfehlen, lasst den Standard einfach so, wie er ist. Das aber nur mal am Rande, damit ihr euch auch etwas unter diesen Integrationsmethoden vorstellen könnt. Machen wir jetzt aber hier direkt weiter. Als nächstes Attribut gibt es den Punkt Restore. Dieser steht standardmäßig auf False. Und mit dieser Option könnt ihr einstellen, ob der Sensorwert auf eurem Flash-Speicher hinterlegt werden soll oder eben nicht. Denkt nur immer daran, die Schreibzyklen auf den Speichern sind begrenzt, also ich rate eher davon ab, dieses Feature zu verwenden. Dann haben wir wie immer die ID, mit der wir, hier oben schön zu sehen, unserem Sensor eine eindeutige interne ID geben können, um den Sensorwert auch an weiteren Stellen in unserem Projekt referenzieren zu können. Und der letzte optionale Sensor ist MinSafe Intervall. Und damit können wir angeben, was der kleinste Abstand zwischen den einzelnen Speichervorgängen unseres Sensors sein soll, um eben den Speicherzugriff entsprechend zu minimieren, wenn wir ihn denn nutzen möchten. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal hier dieses Beispiel. Wir kopieren uns mal den Integrationssensor hier einfach raus, wechseln wieder nach ESPHOME und fügen diesen Integrationssensor jetzt einfach mal hier ein. Jetzt meckert er hier noch, weil er natürlich MyFlowmeter nicht kennt. Heißt, wir brauchen jetzt hier einmal eine Sensor-ID, die wir integrieren möchten. Dafür brauchen wir einen Sensor, der uns einen aktuellen Wert liefert und dafür nehmen wir hier unseren PULS-Counter. Also geben wir dem zuerst einmal eine ID und sagen einfach mal PULS. Und diese ID tragen wir hier unten bei dem Integrationssensor ein. Damit wären wir jetzt eigentlich schon fertig. Ich würde das Ganze aber gerne noch ein bisschen anpassen. Und zwar, wir haben hier ja einmal den Gesamtverbrauch, der eh schon über diesen Total-Sensor gemessen wird. Damit wir hier etwas schneller Zahlen sehen und nicht ganz so lange warten müssen, reduzieren wir hier mal die Einheit von Kilowatt auf Wattstunden. Und damit die Einheit auch übereinstimmt, sagen wir hier bei Time Unit unseres Integrationssensors mal nicht Minuten, sondern passen das auch mal auf Stunden an. Und jetzt installieren wir das Ganze einfach mal auf unseren D1 Mini. Der Upload ist abgeschlossen. Das Gerät ist ja schon im letzten Video integriert worden. Insofern wechseln wir mal direkt in die Übersicht. Hier gehen wir mal auf den Reiter Test und sehen jetzt hier das gewohnte Bild aus dem letzten Video, unseren Taster, über den ich hier unsere Pulse simulieren kann, den Puls-Counter, der uns den aktuellen Stromverbrauch liefert und den Gesamtverbrauch. Nur eben nicht mehr in Kilowattstunden, sondern eben jetzt in Wattstunden. Hier füge ich jetzt direkt mal noch unseren neuen Sensorwert ein. Wir gehen auf Bearbeiten und suchen jetzt hier unten mal nach Total. Und da haben wir schon unseren neuen Sensor, Total Daily Energy. Das speichern wir mal. Und jetzt sehen wir hier unseren täglichen Gesamtverbrauch. Und wenn ich jetzt hier den Taster drücke, dann sehen wir, fangen auch sofort alle drei Sensoren an zu zählen. Sie haben alle etwas unterschiedliche Aktualisierungsintervalle. Insofern kann es hier immer mal zu kleinen Abweichungen kommen, vorübergehend. Wenn ich jetzt aber aufhöre, den Taster zu drücken, also keinen Impuls mehr sende, sollte der Puls-Counter jetzt jeden Moment auf 0 gehen. Und somit sind auch jetzt unser Gesamtverbrauch und der Total Daily Energy Sensor wieder übereinstimmt. Wenn wir jetzt noch einmal zurück in die Dokumentation wechseln, dann gibt es hier unten noch einen Hinweis, und zwar, dass dieser Sensor uns einen zusätzlichen Dienst mitliefert, und zwar Sensor Integration Reset. Und darüber haben wir die Möglichkeit, den Sensorwert zu resetten, also auf 0 zurückzusetzen. Das kann zum Beispiel dazu verwendet werden, um um Mitternacht den Sensorwert auf 0 zurückzusetzen, damit wir eben immer ein präzises Ergebnis für den aktuellen Tag erhalten. Wenn wir jetzt also im ESP Home mal das genannte Beispiel durchspielen möchten und um 0 Uhr diesen Sensor zurücksetzen wollen, benötigen wir die schon bekannte Time-Komponente. Also sagen wir jetzt hier einfach mal Time Doppelpunkt und nehmen mal als Plattform einfach SNTP. Und bei dieser Plattform hatten wir ja die Möglichkeit, zum Beispiel mit OnTime ein Ereignis auszulösen. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach mal Second 0, Minute 0, Hour 0. Das musste Seconds und Minutes heißen. Und dann natürlich auch Hours. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, was wir denn um 0 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden machen möchten. Und das machen wir mit Then Doppelpunkt. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, Sensor.Integration.Reset.Doppelpunkt. Und dann müssen wir nur noch unsere Sensor-ID angeben, die wir bisher noch nicht vergeben haben. Das machen wir jetzt direkt. Und zwar sagen wir hier mal ID Total. Und diese geben wir hier hinter jetzt noch an. Das speichern wir. Und mit diesem Eintrag würde jetzt automatisch dafür gesorgt, dass um Punkt 0 Uhr dieser Sensor wieder auf 0 zurückgesetzt wird und von vorne beginnt aufzusummieren. Und so haben wir eine einfache Möglichkeit, das, was uns hier oben der Total-Sensor an Aufsummierung über die Zeit ermöglicht, für jeden beliebigen Sensor durchzuführen. Ja, soviel erstmal zum Integrationssensor mit ESP Home. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt es mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen im nächsten Video wiedersehen, denn da schauen wir uns mal an, wie man Aktionen beim Boot, beim Shutdown oder auch für den Loop im ESP Home hinterlegen kann. bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sag einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!